Wir sind wieder im Spiel um Platz 3. Und die Mächte haben den 12. Montag mitgebracht, zum Ausgeroll. Wir laufen leise machen. Ja, okay. So, und los geht es schon. Ja, so. Und das war das 1 zu 0 für Menge der 0820. Und liebe Zuschauer, als Co-Kommentator, da wie unseren Oberbürgermeister willkommen heißen, Ulrich Sirau, wir werden jetzt also das Spiel kommentieren. So, und das erste Tor ist gefallen. Die Nummer 10 war Dennis Atanzok, hat den ersten Treffer jetzt hier erzielt. Und Uli, das fängt ja schon gut an, also, diese Begegnung. Ja, das war doch gar nicht richtig im Spiel, das ist schon das erste Tor. Aber ich habe gerade schon gesagt, die Menge da, die sind nicht nur in den spanischen Farben angetreten, die haben auch was Spanisches. Die haben vor allem auch eine ganz tolle Atmosphäre. Die Fans, die begleiten die hier euphorisch. Und man hat das gerade schon gesehen in den anderen Spielen, dass mit Menge da absolut zu rechnen ist. Und es gab ja auch eine ganze Reihe, die gesagt haben, also Menge da ist auf jeden Fall einer der Favoriten. Ja, und das, was in den Vorjahren so nicht zum Tragen gekommen ist, das scheint sich in diesem Jahr zu bewahren. Ja, man sieht, Uli, beide Mannschaften haben auch einige sehr, sehr gute Hallenspieler dabei. Also, genauer gesagt, gute Techniker. Ja, ich meine, man sieht, dass sie sich auch nichts schenken. Wenn man jetzt nicht nur die Technik sieht, sondern auch die Laufleistung sieht, und das ist in der Halle ja nochmal eine etwas andere Geschichte hier, dann geht es hier wirklich voll zur Sache. Und wir haben vorhin ja schon in dem anderen Halbfinale wunderbar gesehen, wie man da nicht nur technisch einiges sieht, sondern vor allen Dingen auch in Kombination und im Zusammenspiel. Und das vor allen Dingen auch sehr konzentriert zur Sache gegangen wird. Und wer führt, geht auch schnell dran, damit die anderen gar nicht mehr groß zur Entfaltung kommen. Das sehen wir jetzt hier auch wieder, weil die Menge da auch sehr früh stören. Und ich glaube, die Freunde von ASC 09, die haben schon ein bisschen Probleme, hier dann auch tatsächlich zu ihrem Spielsystem zu kommen. Die Zuschauer, sie gehen hier mit, und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber die Ablerbecker, die kommen nicht so richtig zur Entfaltung. Die Menge da gehen früh drauf. Und auch der Ablerbecker Torwart hat nicht so die Meinung, sich ein bisschen mehr einzubringen ins Spiel. Das haben wir vorhin gesehen bei Brüninghausen, da hat der Torwart viel stärker im Feld auch mitgespielt. Und so werden die das kaum aufgelöst bekommen. Da waren gerade die Mengen der Fans im Bild gewesen mit Pauken und Tropäden. Also sorgen sie für richtig Stimmung und feuern ihre Mannschaft an. Und das war, ich habe es ja gerade schon gesagt, auch in der Halle Huckade, so, dass sie die Halle zum Beben brachte. Und das ist natürlich auch noch schön am Fußball hier in der Halle. Die Fans sind ganz nah am Spielfeld und feuern natürlich dann ihre Mannschaft an. Aber da war ja schon eine Möglichkeit für den ASC. Und wenn man solche Spiele betrachtet, Uli, muss man sagen, oh, jetzt die Möglichkeit. Ja, die Menge, da suchen die Entscheidung. Also sie merken, dass sie Oberwasser haben. Und wenn sie jetzt hier den zweiten Treffer setzen, dass es dann praktisch schon entschieden ist. Also deshalb merkt man jetzt, steht so ein bisschen auf der Kippe. Ja, wieder hier geht der, ja, er geht wunderbar nach. Und der Ball ist weg! Genau, ich habe es gesagt, ja. Und es ist genau das, was man spüren konnte, ja. Was für eine Stimmung, jetzt gucken wir uns mal die Fenster drüben an. Menge, sie stehen da alle. Sagenhaft. Eine absolute Friedensleistung zum 2 zu 0 für Menge 08, 20 Torschütze. 19, 19, L.S. An Abzog. Ja, Dennis Abzog war der Torschütze. Ja, wenn er so weitermacht, hat er einen Headtrick. Und noch 2,42 in der ersten Halbzeit zu spielen, wie du schon sagtest. Also du hast die richtige Nase gehabt. Menge, der will es wissen. Ja, wieder, ja. Die stören früh. Und die sieht einen Schritt schneller. Wie bitte? Ich habe so den Eindruck, Menge, der ist immer einen Schritt schneller. Ja, ja, also die stören früh und die sind einfach motiviert. Die haben auch die bessere Raumaufteilung. Der Torwart ist mehr im Spiel. Und da wissen die Applerbecker mal um die Knie richtig mit rumzugehen. Die wirken auch ein bisschen verunsichert. Und als wenn sie nicht so einen Plan haben, wie sie das knacken sollen. Also die Menge da, die wirken ein bisschen fast wie so ein Bollwerk. Auch gerade wenn... Schön gemacht! Ja, bumm. Traumhaft! Ja, wunderbare Kombination. Und damit ist es gelaufen, denke ich. Ja, Robin Diekmann hat jetzt zwar den Hattrick kaputt gemacht, aber ich glaube, damit können die gut leben, dass sie jetzt 3 zu 0 führen und das nach knapp neun Minuten. Das ist schon sehr überzeugend. Und das haben sich die Applerbecker sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Das war jetzt eine schöne Parade von Dominik Ahlfeld nochmal, weil er damit das 4 zu 0 praktisch verhindert hat. Aber man merkt, Menge da ist am Drücken und das wird natürlich, wenn es dabei bleibt, ein spannendes Finale gegen die Freunden aus Brünninghausen. Und wenn man das im Augenblick sieht, wie Menge da sich hier anstellt, dann sind die natürlich leicht favorisiert. Aber die müssen gucken, dass sie jetzt auch nicht ihr Pulver verschießen. Ja, irgendwie kommt der ASC nicht ins Spiel, muss man ganz deutlich sagen. Der kommt nicht mit dem Vorpressing zurecht. Ja, die Menge da steht sehr hoch und dadurch kommen die Applerbecker gar nicht richtig ins Spiel. Wenn sie mal durchkommen, dann haben sie auch ein bisschen Pech und kommen da nicht mit zurecht. Und jetzt wieder ein Konter, ja, und man merkt, das ist richtig. Schön gemacht! Traumhaft! Christoph Kielkehr war der schönste. Einfach traumhaft. 35 Sekunden, der Verschluss der ersten Halbzeit. Mann, die Menge, da kann man ja gar nicht wiedererkennen. Ja, Menge, der spielt wie aufgedreht, aber auch, denke ich, verdient jetzt mit 4 zu 0, weil sie die wesentlich bessere und engagiertere Spielanlage haben. Und der Torhüter aus Mängere. Der Torhüter hat dann auch noch hier sozusagen kleine Einlagen liefert. Da hat man schon den Eindruck, dass die Applerbecker sich sogar vorführen lassen. Und wir wechseln die Seiten. Halbzeit 0 zu 4 oder 4 zu 0 für Mängere. Schön auch gemacht. Und da! Ja, Uli! Also! Ja, ja, ich hab ja gesagt, ich nehm' ein bisschen das raus und sobald die Konzentration weg ist, dann gibt das natürlich Chancen. Jetzt wollen wir mal gucken, was das gibt. Und der Ball ist drin. Ja, das ist der Anschlusstreffer, den ich gerade schon angesprochen habe. Jetzt kommt er. Ja, Franzis Burri, den kennen wir noch vom BVB. Ja. Und der hat natürlich seine ganze Erfahrung mitgezeigt, die er hier hat, aus dem Profibereich. Und... Oh, der Ball ist Uli! Ja, ja, das ist genau das, dass sie jetzt nicht genau dagegen gehalten haben. Und damit haben sie natürlich Applerbeck jetzt doch Entfaltungsmöglichkeiten gegeben. Genau das passiert. Jetzt wird's wirklich, ja, jetzt müssen die Mängere da nochmal sich voll konzentrieren und schauen, dass sie da nicht jetzt da noch den endgültigen Anschluss und sogar den Ausgleich kriegen. Ja, jetzt setzt Mängere natürlich alles auf einer Karte. Entweder Oder. Nicht Mängere Applerbeck. Ja, Applerbecker müssen einfach sehen, dass wir das dritte Tor machen. Das ist natürlich jetzt auch die Chance für die Freunde aus Mängere zu kontern. Aber jetzt ist es so, dass Applerbeck relativ hoch steht und natürlich auch früh abfängt, was von Mängere da nach vorne gebracht wird. Aber die zollen jetzt natürlich auch ein bisschen dem Tempo, was sie zu Beginn der zweiten Halbzeit gegangen sind, Tribut. Das ist ja doch auch gerade in der Halle nicht so ganz leicht, dann immer alles zu bringen. Aber die Menge da schwimmen jetzt ein bisschen, ja. Aber die Menge da wehren sich jetzt und jetzt haben sie die Konterschance und das ist natürlich jetzt... Ja, das müssen zwei Minuten sein. Der Punkt, wo man sagen muss, da werden die Applerbecker nicht froh sein. Aber die zwei Minuten sind, glaube ich, berechtigt. Keine lange Diskussion. Und Frances Bugri fällt jetzt für zwei Minuten aus, fünf Minuten 15. Da haben wir ihn noch herausgehoben und jetzt fehlt er den Applerbeckern. Und das kann natürlich jetzt die Zeit sein, wo Mängere da einfach auch den fünften Treffer markiert. Und dann dürfte das Spiel auch entschieden sein. Und der Trainer vom ASC muss auf... Ja, macht eine ähnliche Erfahrung wie Jürgen Klopp das eine oder andere Mal, weil er irgendwie zu freundlich war zu den Schiedsrichtern. Und hat da ein bisschen mehr Distanz zum Spiel verordnet bekommen. Aber wir wissen ja auch von Jürgen Klopp, dass das manchmal ganz entspannend sein kann. Aber Mängere macht jetzt Druck. Ja, das wollen sie jetzt wissen, aber das ist natürlich gefährlich. Das war die Riesemöglichkeit jetzt. Das war die Riesemöglichkeit, über die wird sich der Daniel Diaz heute Abend noch ein paar Mal ärgern, dass er den nicht reingemacht hat. Denn jetzt so ein Konter zu setzen in der Situation, das ist schon von großer Bedeutung. Ja, normalerweise so eine Mannschaft wie Mängere, die müsste jetzt eigentlich die Treppe erzielen. Und Glück hier gehabt hat die Abwehr vom ASC oder die Jungs. Ja, da wird Robin Schulze auch von Träumen, dass er den gerade nicht reingemacht hat. Denn das wäre eigentlich die Riesenchance gewesen. Und jetzt, 4 Minuten 19 Sekunden, die Uhr steht. Und was gibt es jetzt? Glauben nicht. Das ist eine deutliche Ermahnung, dass man es hier jetzt nicht übertreibt. Und ich denke, das ist es auch nicht wert, sich jetzt hier so zu engagieren, dass dann der eine oder andere da eine schwere Verletzung davon trägt. Super pariert. Vier Minuten noch zu spielen. Ja, Altfeld ist jetzt zweimal wirklich grandios gewesen. Also wir sehen hier ein wirklich guter Spiel. Also er hält im Prinzip die Ablerbecker im Spiel, weil sonst wäre der Drops hier schon gelutscht, wenn er die beiden jetzt nicht weggenommen hätte. Ja, jetzt gehen hier die Emotionen ein bisschen hoch. Das gehört natürlich auch dazu, aber das soll man vielleicht doch nicht übertreiben. Ja, dadurch, dass Ablerbeck jetzt draußen ist, haben die ein bisschen die Struktur verloren. Aber auch Menge, der denkt, naja, die sind nur einer weniger, da können wir auch mal ein bisschen aufmerstehen. Und da verlieren die auch so ein bisschen jetzt die Disziplin. Das geht jetzt, die Riesenchance, den muss er doch machen! Ja, das ist natürlich bitter jetzt, das nicht zu versenken. Danny Schulze, den muss er doch reinhauen. Und wir haben gesehen, dass also wirklich bis auf die letzte Sekunde hier ein Treffer oder die letzten 30 Sekunden Treffer fallen können. Und jetzt kann er alles klar machen! Und wieder eine Riesenmöglichkeit für Danny Schulze! Man setzt ja jetzt alles auf einer Karte beim AS 10.09. 90 Sekunden noch. Und es ist wirklich spannend. Naja, aber jetzt glaube ich, passiert das, dass sie da nicht mehr den dritten Treffer markieren können. Und jetzt allmählich auch innerlich aufgeben, weil die Menge da werden jetzt natürlich auch noch mal die eine oder andere Konterchance haben. Und das hält die Ablerbecker natürlich im Feld. Und eine gelbe Karte! Der hatte für Menge da, aber ich glaube, das wird den Marcel Stiepermann jetzt nicht besonders irritieren. Noch etwas über eine Minute. Jetzt ist natürlich klar, dass Ablerbeck jetzt auch noch mal mit dem Türmann versucht, das zu machen. Aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Wer auch fast. Wenn Stiepermann, den ich verständelt hätte, sondern reingetan hätte, dann würde es jetzt 5 zu 2 stehen. Und das ist jetzt natürlich die Gefahr für Ablerbeck. Und er tankt sich durch! Klasse macht er das! Und Barriere, das gibt's doch gar nicht! Ja, das ist natürlich bitter jetzt für Robin Schulze, dass er den nicht gemacht hat. Aber er hat da noch mal wichtige Zeit rausgeholt. Und ich glaube, das ist die Menge dann jetzt auch nicht mehr zu nehmen. Sondern die werden jetzt im Finale zeigen müssen, dass sie auch solche hundertprozentigen im Zweifel versenken, wenn es gegen Brünninghausen geht. Aber jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr zu drehen. Sondern die Menge da, die verteidigen jetzt natürlich mit Mann und Maus auch jetzt noch der Treffer, aber das ist zu spät. Und damit ist uns klar, dass Menge da im Finale ist. Ein tolles Fußballspiel haben wir hier erlebt. 4 zu 3 gewinnt Menge da 08,20. Und wir freuen uns auf ein spannendes Endspiel hier mit den Fans von Menge da 08,20. Und das ist schlecht, den ASC 09. Mit 4 zu 3. Und steht im Finale.